Hallo und herzlich willkommen bei unserer ekligsten Challenge, die wir je gemacht haben. Aber du hast Angst davor, ne? Ja, ich hab Angst, dass ich ersticke. Also wir hatten schon eklige Candy Challenges. Heute machen wir die 100 Schichten Kaugummi, also 100 Kaugummis im Mund. Wir haben das bei einem YouTuber gesehen und fanden es irgendwie eklig und witzig gleichzeitig und dachten, das wollen wir mal gucken. Das komische war nämlich, bei ihm war am Ende nur ein ganz kleiner Kaugummi übrig. Peter hat alles runtergeschlossen. Nee, ich glaub, der wurde dann so ganz klein. Und das wollen wir auf jeden Fall testen in seinem Video, verlinken wir auch mal drunter. Und da ja 100 Schichten so angesagt sind, wir haben auch schon zwei Videos davon gedreht, das seht ihr auch hier unten drunter, fressen wir jetzt 100 Kaugummis. Eins. Und nee, die sind nicht mal lecker. Das sind die, die voll schnell am Geschmack verlieren, ne? Das sind die billigsten, weil ich musste 200 Kaugummis kaufen und hatte keinen Bock, so viel Geld auszugeben. Das war ein. Was? Ja, es muss schnell gehen, ja. Ich muss die erstmal klein hauen. Drei. Als das an dem eklig ist, die werden ganz weich am Ende. Das wird so eine glitschige Masse. Bei den richtigen, richtigen, teureren Kaugummis werden ja eher hart. Ja. Und das ist, glaub, eklig hier. Vier. Das macht zum Bestimmen wieder alles, dass wir schmatzen, aber ich glaub, das geht bei 100 Kaugummis nicht anders. Ich mach's auch so beim Essen. Es klebt total in 10. Aber hast du schon 5? Nee, jetzt schon. Es wird bei mir schon total weich. Es ist auch schon total groß. Und wahnsinnig Zucker. Das Problem ist, dass es nicht zuckerfrei ist. Sechs. Mit tut jetzt schon der Kiefer weh. Mhm. Ich hab auf der Seite Zahnwehs, das heißt, ich esse es den ganzen Kaugummis auf der Seite. Scheiße. Sieben? Mhm. Mit tut jetzt schon der Kiefer weh. Ich glaub, ich schaff's nicht. Ich hab auch immer so Kopfkiefer. Was denn? Wir haben gerade mal sieben gegessen. Mein Mund ist proppefall. Und schmeckt so süß wie Zucker pur. Ich will nicht wirklich wie viel Zucker da drüben. Eins. Ich hätte Zucker frei nehmen sollen, gell? Neu, oder? Mhm. Ich find dieses Video scheiße. Zehn. Was? Zehn von 100? Würde ich mich verarmen, mein Mund? Ich glaube, es müssen einfach mehrere auf einmal, dann kommt eigentlich so viel vor. Zwölf. Ich glaub, da passen keine 100 Kaugummis rein, weil jetzt ist mein halber Mund schon komplett voll. Und mit 100 Kaugummis ist der voll. Ja, oder für wieder weniger. Ja, was bei dem Tumptus ist auch so weniger? 14. 2. Ich seh, meine Nutzer. Du solltest nicht so einfach reinschütten. Ich hab's gleich. 16. Ich krieg gar mehr Mama. Ich krieg gar mehr Mama. Die haben so einfach gespuckt. Das ist jetzt 18, oder? Das kann ich mehr. Das ist so mäßig. Ach. Das schlucken tut richtig weh. Warum hab ich nie Zuckerfrei genommen? Das ist so süß. Ich krieg ja den Zuckerschock. Vor allem guck mal. Wenn wir jetzt nochmal 20 essen, es sind immer noch so viele drin. Jetzt kommt der 20. Uh. Ich glaub, dass wir gleich nicht mehr reden können. Ich muss auch nicht mehr reden. Mein Mund ist ja auch viel kleiner als deiner. Doch, weil bei dem Markman, den du challengest, hast du immer ein Dreimal. Weil du geaset hast. Nicht ausspucken. Dann hab ich gewonnen. 2 Tonnen. 2 Tonnen. 4 Tonnen. 5 Tonnen. Wie ekel ist das draus? Ich habe mich zum Lachen gebracht. Sorry Leute, wir machen das. Das Problem war, wir haben einfach einen grundlosen Lachkampf gekriegt. Und dann hat Skoli fast erstickt. Ich denke kaum, wie ihr seht, das sieht ja so ekel aus. Ich habe gewonnen. Ja, wer sie mich zum Lachen gebracht hat. Ich war eigentlich die ganze Zeit voll ernst und voll drin und dachte jetzt... Ich glaube das Problem ist, dass die zu groß sind. Und zu süß. Was mache ich jetzt mit dem Cheska? Du kannst jetzt jeden Tag einen rausnehmen und essen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn wir so lustige Videos noch weiterhin machen sollen, dann gebt uns doch mal einen Daumen hoch. Und wenn ihr uns nicht abonniert habt, dann macht es doch mal bitte. Dann würden wir uns wirklich total freuen. Genau. Tschüss.